Musik Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal Heute haben wir Thomas und viele Überraschungseier Wow Hallo, ich habe meine Freunde in diese bunten Eier versteckt Komm, entdecke sie Wow, es sind neun bunte Eier Lasst uns diese öffnen Oh, ein grünes Ei Sehen wir, was sich drin versteckt Eine Lokomotive Es ist Edward Wow Und er ist verkleidet in den schwarzen Adam Diese sind Rauchwolken und ein Blitz Chuchu Sehen wir weiter Ein rotes Ei Ich kann es nicht glauben Es ist Thomas Und er ist verkleidet in Superman Es hat auch den Zeichen hier Chuchu Er ist ein Held Wow Er kennt ihr diese Lokomotive Wer könnte es sein? Es ist in Catwoman verkleidet Es ist Millie Toll, nicht wahr? Chuchu Chuchu Oh, es ist Nummer 6 Und hat ein R da drauf Schaut mal Aber wer ist das? Oh, es ist Percy Aber in was ist er verkleidet? Ich glaube, ich weiß In Robin Chuchu Jetzt sag mir, wer wir hier haben Mal sehen Oh, tolles Kostüm Und es ist Sidney Und wer ist mit weiß und schwarz? Der Pinguin Wunderbar Wir haben ihn erkannt Jetzt folgt das Rosa-Ei Was versteckt sich hier? Hm Oh Etwas Grünes Und es ist Uh Eine saure Lokomotive Nämlich Paxton Verkleidet In Lex Luthor Und wir haben noch drei Eier Nehmen wir das Lila-Ei Ich kann es nicht öffnen Komm schon Puh Sehen wir, wer sich hier versteckt Oh Es ist Ha, ha, ha Und nämlich D10 Verkleidet in einen Jogger Wunderbar Und die letzten zwei Eier Tada Shazam Es hat einen Blitz da drauf Und es ist Ironary Verkleidet in Shazam Und der letzte Ei Hoppala Ich habe dich gefangen Und die letzte Lokomotive Ist Flin Verkleidet in Firestorm Eine sehr schöne Form Mit vielen Aufkleber da drauf Das hat richtig Spaß gemacht Jetzt lasst uns spielen Wow Wie viele am Reihe stehen Um die große Piste zu probieren In diesem Video haben wir eine Schachtel mit kinetischem Sand Wow Wir haben blauer Sand und schöne Formen Lasst uns auspacken Schaut mal Wow Wow Es ist so weich Super Hier haben wir einen Kasten Wo wir spielen können Da werden wir den Sand reintun Und Tadam Wir haben einen Seestern Wunderschön Weiter haben wir einen Krebs Schaut wie Sebastian aus Von Ariel Und da haben wir einen großen Schloss Mit Türen, Fenstern und Treffern Und als letztes haben wir eine Schaufel Und ein Rechals Und ein Form mit einem Fisch Jetzt lasst uns spielen Wir machen zuerst ein Seestern Sehen wir, was rauskommt Ich sage mal Ich klasse Jetzt verwenden wir den Krebs Dafür brauchen wir viel Sand Und stark und schön drücken Mal sehen Tadam Und jetzt folgt der Schloss Natürlich Wir können auch die Schaufel benutzen Und schön ebnen Wow Es hat alle Details drauf Jetzt werden wir das Rechen probieren Was haben wir hier? Ein Überraschungsei Von Kinder Lasst uns es aufmachen Topala Er möchte uns entkommen Was haben wir hier? Eine Fee Eine Fee Diese sind die Flügel Und jetzt bauen wir es auf Fertig Fertig Hallo Ich bin die gute Fee Und ich kann fliegen Und jetzt schaufeln wir ein bisschen Vielleicht finden wir noch etwas Unglaublich Noch eine Überraschung sein Bye Wie niedlich, ein Schmetterling. Diese sind die Flügel. Und da ist der Körper. Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mir einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.